So weiter geht die epische Jagd hier auf YouTube. Schafft es Patches? Also wir gehen direkt gleich wieder an den Spieletisch. Für euch nochmal die Info. Es läuft immer noch das große Gewinnspiel. Ihr könnt ein Buttonscheiß-Spiel gewinnen. Zur Verfügung gestellt von Frosted Games. Danke Frosted Games. Ihr könnt eins dieser drei Spiele euch auswählen. Mitmachen ist total einfach. Einfach das Video kommentieren. Am liebsten schreibt ihr, wie hat es euch gefallen. Habt ihr Verbesserungsvorschläge etc. Seid ihr wirklich lieb und gnädig mit mir. Würde mich freuen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir natürlich auch ein Abo und ein Like da lassen. Das erhöht nicht eure Gewinnchancen, aber in jedem Fall euer Karma. Apropos Karma. Jetzt hoffe ich auf gutes Würfelglück. Wir schauen mal, wie es weiterging mit Patches bei Too Many Bones. Jetzt geht das Ganze hier wieder einen Tag weiter auf die drei. Und jetzt machen wir unseren nächsten Tag. Den Siebronn überqueren. Der Siebronn. Ein funkelnder Streifen, der sich verspielt durch der Lohr zieht. Seht ihr auch das Tageslicht im Wassertanzen? Doch es gibt nur wenige Brücken in dieser Gegend. Und so ist dieser vielbegangene, fortgefundenes Fressen für feindliche Speer und Fallen. Eine Reise dieser Wichtigkeit lässt uns zwei Optionen. Die Ohren einziehen und unter die Leute mischen ist riskant, aber effizient. Weniger tollkühn wäre es, in der Dämmerung ein Boot zu nehmen. Doch das erfordert einen Handel mit dem Molnor. Einem Handelssyndikat mit einigen, naja, Schattenseiten. Okay, wir haben schon wieder zwei Optionen. Das heißt, ihr werdet gleich wieder helfen können. Schauen wir uns mal unsere zwei Optionen an. Also wir haben die Option Ohren einziehen. Das klingt nach was für Anfänger. Also jeder Gearlock wirft den W6. Wenn einer eine 1 oder eine 2. Ihr werdet entdeckt. Durchsucht den Begegnungsstapel nach der ersten Tyrannenbegegnung. Es gibt nur eine Tyrannenbegegnung. Oh, das ist ja eklig. Ah ja, okay. Also das heißt, ich habe hier eine 33-prozentige Chance, dass es jetzt eine Tyrannenbegegnung gibt. Okay. Aber ich würde halt einen Dinger weiterkommen und hier nochmal so einen Tätigkeitsfähigkeitspunkt kriegen. Okay. Ein Angebot, das wir nicht ablehnen können. Die Molnor setzte uns nicht nur in Schutze der Dunkelheit sicher am anderen Ufer ab. Sie geben uns auch noch eine Truhe als Geschenk. Vielleicht ist unser Erfolg gut fürs Geschäft. Miss die Spezialbegegnung, Smolnor-Händler in den Begegnungsstapel. Ah, die Händler wollen aber irgendwann wieder was zurück von uns, würde ich mal behaupten. Das heißt, irgendwann begegnen wir den Händler und die schenken uns nichts. Also die Händler würden uns was schenken. Hier würden wir einfach würfeln. Leute, ich überlasse es euch. Machen wir einen Handel mit den Händlern oder versuchen wir selber unser Glück, indem wir würfeln? Also wir schaffen auf jeden Fall die Flussüberquerung. Die Frage ist nur, kommt es einfach direkt zu einer Scheißbegegnung mit einem Kampf oder machen wir diesen Deal? Wenn wir den Deal machen, dann muss ich die Spezialbegegnungskarte raussuchen. Das ist aber kein Thema. Kann ich ja auch mal kurz zeigen für alle, die das Spielmaterial nicht kennen. Tue ich das mal hier weg. Und zwar sind solche coolen Kartenboxen dabei. Die sind aus so einem lustigen Plastik auch. Und da drin sind die ganzen Karten. Das heißt, hier sind ganz viel Story, je nachdem, was man halt spielt. Und da muss man jetzt die entsprechende Karte dann raussuchen und hineinmischen für das Abenteuer. Falls ihr euch dafür entscheidet, dass wir diesen Handel machen. Falls ihr euch dafür nicht entscheidet, dann gucken wir mal. Ihr seid... Oh, oh, ich suche schon mal die Karte. Okay. Ihr könnt dabei nochmal abstimmen. Ich suche schon mal die Karte. Okay, dann suche ich halt die Karte raus. Also ihr nehmt Option B. Gut, dann nehmt ihr Option B. Das ist ja nicht so schlimm. Also dann beenden wir das. Wir nehmen die Option B. Ein Angebot, das wir nicht ablehnen können mit 60%iger Wahrscheinlichkeit ungefähr. Das heißt, was wir jetzt kriegen ist, wir kriegen wieder eine Lootkarte. Wir kriegen den einen Tag, also den einen Schritt auf der Map, weil hier steht, dass wir hier in jedem Fall erfolgreich sein werden. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass es diese Spezialbegegnungskarte hier gibt. Was da drauf steht, will ich noch nicht erzählen. Die müssen wir jetzt ins Deck mischen. Das heißt, irgendwann kommt die auf uns zu. Das muss uns klar sein. Aber prinzipiell, wir kriegen einen Loot und einen Tag. Ist ja schon mal gar nicht... Ich sag immer Tag, eine von diesen Bewegungen. Also, das heißt, ich nehme das jetzt mal hier. Ich packe die Händlerkarte hier irgendwo rein. Und ich mische uns das Ganze mal. Und wir haben dann keine Ahnung, wann die kommt. Das kann richtig eklig werden. Aber ihr wolltet das so. Ihr wolltet das so. Jetzt haben wir diese eklige Karte im Deck. Wir hätten es auch einfach auswürfeln können, aber nein. So, wir wissen nicht, was die nächste Begegnung ist. Dann kriegen wir wieder eine Lootkarte. Schauen wir mal, was haben wir gekriegt. Können wir ja nur etwas tauschen. Ich nehme mir mal diese hier. Und zeige euch die Lootkarte mal. In groß, die wir bekommen haben. Und zwar haben wir hier den Selfie-Samen. Schon wieder eine Anwendung. Und zwar heile einen Gearlok um zwei LP. Das finde ich jetzt zum Beispiel nicht so stark. Weil wir sind ja ein Heiler. Ich brauche nicht unbedingt noch eine Heilungskarte. Das wäre für mich was, was wir vielleicht ein bisschen eintauschen könnten. Finde ich jetzt nicht so spannend. Lege ich uns mal mit hier hin. Aber würde ich schon mal überlegen. Genau, die Karten sind aus so einem... Also das ist ein Badewannenspiel. Die Karten sind extrem abwaschbar. Also sie sind funny vom Anfassen. Ich weiß nicht, ob das für die Umwelt gut ist. Aber frag mal die Playmats, die Würfel und die Pokerchips. Doch, doch, wirst du hinterher brauchen. Hallo, ich bin ein Heiler. Ich tausche das ein. Ich will die dreischneidige Axt. So, und jetzt kriegen wir, das habe ich ja auch noch gesagt. Dann haben wir alles abgehandelt. Kriegen wir hier nochmal die Bewegung. Wir sind ja jetzt ja hier über den Fluss. Das heißt, wir kommen immer näher Richtung Geröllheim, wo der Gegner auf uns wartet. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Das heißt, wir hätten das jetzt abgehandelt. Das war schon die Begegnung. Und wären jetzt ja hier... Wir haben unseren Loot und so weiter bekommen. Das heißt, wir kriegen jetzt unsere Erholungsphase. Und da könnten wir jetzt uns ein besseres Loot suchen. Und das finde ich natürlich schon geil. Was heißt besseres Loot suchen? Ich muss ein Loot wegwerfen, dann werfe ich sechs Würfel rein. Und für jeden Bones-Symbol kriege ich eine Lootkarte. Und dann können wir uns die alle angucken und davon eine behalten. Das klingt nach dem geilsten Deal oder überhaupt, oder? Das wollen wir doch jetzt machen. Ich bin dafür, dass wir das jetzt machen. Gibt es Einwände im Chat? Ist einer voll dagegen, dass wir das machen? Dass ich diesen Samen mal eintausche gegen irgendwas Geiles? Irgendeinen guten Loot? Die heilige Käse reibe zum Beispiel? Gibt es irgendwen, der sagt, das ist gar nicht gut. Ich suche schon mal die sechs Würfel raus, mit denen wir jetzt mal eine Probe abliefern müssen. Damit sich sie auch mal rentiert. Sechs Würfel. Geil. Ja, Würfelkarma. Ich habe das richtige Würfelkarma. Davon ist auszugehen, oder? Tausch ein. Also so sieht es aus. Also wir werfen die Karte ab. Und ich vertraue auf unser Würfelglück. Und jetzt schauen wir mal. Wie viele, wie viele Karten dürfen wir uns vom Lootstapel nehmen? Achtung, gib den Samen ab. Gar nicht schlecht. Wir dürfen uns zwei Lootkarten nehmen und eine davon behalten. Das ist doch gut. Dann tue ich das mal kurz. Zwei Lootkarten. Ich mal die und dann mache ich das nochmal so. Dann nehme ich die hier. Zwei Lootkarten. Schauen wir mal, welche davon wir uns nehmen. Ich zeige euch mal die erste Lootkarte. Das Ogortkraut. Dreimal kann man das benutzen. Schnell hier, um das zu erklären. Da habt ihr oben diese Zahlen. Das heißt, ihr dreht dann die Karte. Je nachdem, wie oft ihr sie benutzt habt. Und zeigt damit an, dass ihr quasi drei Anwendungen habt. Auch ganz geschickt gelöst. Also dreimal kann ich das machen. Und ich kann mich im Gefecht um eine LP, also um einen Lebenspunkt heilen. Ja gut, das ist jetzt auch nicht anders wie der Samen, aber ein bisschen besser. Aber es ist auf jeden Fall besser. Also es hat sich schon jetzt rentiert, weil wir haben die bessere Karte bekommen. Aber wir schauen mal. Vielleicht ist die andere Lootkarte noch geiler. Ah, eine Waffe. Permanent. Ja. Das ist nach meinem. Ja, ein Stock. Ignoriere. Einen Dings bei jedem Trainingsversuch. Oh, das ist doch stark. Das heißt, ich kann mich hochleveln. Das heißt, ich kann mich hochlaufen. Aber ich darf nichts anderes mehr rumschleppen, weil es schwer ist. Aber ich könnte mich halt erstmal trainieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt noch eine Waffe bekomme, ist ja nicht hoch, oder? Was meint ihr? Also wir haben, pass auf, wir machen nochmal eine Umfrage. Wir machen eine Umfrage. Pass auf. Das sind die zwei Optionen. Option A ist die Waffe, wo man besser trainieren kann. Option 2 ist dieses Heilkraut. Hier, sagt mal, was ihr wollt. Was wir machen von den beiden Karten, welche ich da behalte. Okay, er geht deutlich auf A. Naja, noch ist ja alles drin. Okay, aber das sieht sehr so aus, als würden wir A nehmen. Let's go. Ja, komm. Können wir abbrechen an der Stelle? Danke, dass ihr mitgemacht habt. Warum frage ich euch überhaupt? Ist schon klar. Wir sind Kämpfer. Weg mit dem Heilkram. Rein mit dieser Trainingswaffe, die wir jetzt permanent haben. Was natürlich super geil ist. Immer wenn wir einen Trainingspunkt bekommen, für Offensive oder Defensive, können wir einen gewürfelten Knochen, das sind ja diese Knochensymbole, ignorieren. Das heißt, mit etwas Glück schaffen wir es uns hier noch ein bisschen besser zu leveln. Das ist bei Patches durchaus ein Thema, weil Patches ja nicht so stark ist. So, schwer zählt als drei Loot. Danke fürs Nachgucken. Das heißt, wir müssen unseren glücklichen Fund einlösen. Das können wir ja jetzt tun. Das heißt, wir geben den ab mit der einen Anwendung. Ich zeige euch kurz mal nochmal, was der glückliche Fund kann. Den haben wir vorhin schon bekommen. Wir können uns jetzt hier einen Verbrauchswürfel nehmen und können den in die Gearlockmatte einsetzen. Und ist dann jetzt für uns verfügbar. Und das würde ich jetzt natürlich tun. Und da haben wir schon gesagt, welchen Verbrauchswürfel wir uns nehmen wollen. Ich zeige den nochmal kurz. Das ist hier dieser gelbe, der zweite in der gelben Reihe, nämlich der Giftpfeil. Damit können wir Gegner vergiften. Das ist ja schon mal ganz cool. Und den fühle ich. Und das heißt, den würde ich uns jetzt unauffällig in unser Board einsetzen schon mal. Das heißt, wir haben hier diesen Giftpfeil. Das heißt, ich habe für den Kampf einen Giftpfeil. Das ist doch schon mal cool. Dann haben wir das wieder alles abgehandelt. Und wir hatten schon, nur um es nochmal kurz zu sehen, wir waren hier schon am Ende. Wir waren schon in der Erholungsphase. Das heißt, ein neuer Tag bricht an. Das heißt, rüber zum neuen Tag, der anbricht. Das heißt, wir drehen hier auf Tag 4. Wir machen es uns bisher sehr gut. Wir sind schon über dem Fluss. Wir müssen hoch nach Geröllheim. Ich drehe das auch noch so ein bisschen hier rüber. Wir müssen hoch nach Geröllheim. Dann klaffen wir hier die Begegnung mit dem Gegner. Das fühle ich auf jeden Fall. Das wird gut. Und jetzt kommen wir also in die nächste Begegnung. Ich ziehe sie mal. Ich bin gespannt, was jetzt für eine Begegnung auf uns zukommt. Wir lesen mal. Wie man in den Wald hineinruft. Wie ungewöhnlich. Auf dem Weg voraus kann ich eine Räuberbande ausmachen, die einen einsamen Molnor-Händler überfällt. Schon wieder diese Molnor-Händler. Molnor führen immer die erstaunlichsten Güter mit sich, die meist anderen gehören. Für gewöhnlich sind es die Benutzer eben dieser Güte, die Hilfe benötigen. So kann sich das Blatt wenden. Einen Schwarzmarkthändler zu helfen scheint falsch. Andererseits verachte ich Räuber ebenso sehr. Ich könnte warten, bis sich der Staub gelegt hat. Die Überlebenden ausnehmen und so meine Ausbeute maximieren. Obwohl es schon nett wäre, wenn zur Abwechslung mal ein Molnor mir einen Gefallen schuldet. Okay, wir kriegen schon wieder mal was an Optionen. Was kriegen wir denn? Oh, das wird ja lustig. Also wir können abwarten. Wenn wir abwarten, dann kommt es hier auf zu einem Kampf mit einem Fiesling. Einem Fünferfiesling. Okay. Oder einem zusätzlichen Fünferfiesling. Okay. Aber wir können zwei Loots bekommen. Loot finde ich gerade gar nicht so spannend. Oder wir können so viel Loot bekommen. Aber ich habe doch eine Trainingswaffe. Ich will doch erst hier, aber da unten kriegen wir einen Trainingspunkt. Das ist schon mal gut. Oder verteidige den Molnor. Dann kriegen wir ein Loot hier. Lege einen Fünferfiesling auf den Gehlox-Stapel. Platziere vier LP auf dem Feld der Gehlox. Dies ist der Molnor. Der Molnor ist ein verbündeter Nahkämpfer unter deiner Kontrolle. Mit zwei Feldern Bewegung und zwei Würfeln. Sein Zug ist direkt nach deinem. Überleg der Molnor das Gefechterfolg. Diese Karte erhält dauerhaft. Entferne die Spezialbelohnung Molnor-Händler und den Begegnungsstapel. Sie kann nicht wieder ins Spiel kommen. Oh, da könnten wir die Händler halt weghaben. Das heißt, wenn wir verteidigen, nur kurz zum Überlegen für euch. Also, in beiden Fällen werden wir ein bisschen kämpfen. Beim Verteidigen haben wir hier noch einen weiteren, haben wir diesen Molnor-Händler, der mit uns kämpft, und dem wir auch schützen müssen, dass der nicht stirbt. Aber wenn wir es schaffen, dass er überlebt, dann wird diese Begegnungskarte mit den Händlern aus dem Spiel entfernt. Und das wäre ja cool, dass die Händlerbegegnung nicht ausgelöst wird. Also überlebt mal, hier kriegen wir mehr Loot, hier verlieren wir aber diese Händlerkarte. Ich bin gespannt, auf welche Idee ihr so kommt. Mit Ausrufezeichen Bohn, Leerzeichen A könnt ihr die obere Option für mich wählen. Mit Ausrufezeichen Bohn, Leerzeichen B die untere. Und ich schaue mal hier kurz. Dann wäre unten ja eher was für Multiplayer. Genau, unten ist in dem Falle eher was für Multiplayer, dass die Belohnung halt quasi kleiner ausfällt. Aber dafür haben wir jemanden, der mit uns mitkämpft. Und wir würden diese Begegnungskarte, die vielleicht negativ ist, aus dem Spiel bekommen. Also so schlecht ist die untere Option auch nicht. Plus, egal. Wir kriegen sowieso hier unten einen Loot, wenn wir erfolgreich waren. Hier so am Ende gibt es das ja auch noch als Bonus. Das heißt, wir müssen so ein bisschen gucken. Wir haben ja die Trainingswaffe angenommen. Die werden wir wahrscheinlich halt abgeben müssen, weil wir Loot bekommen, leider. Oder wir schmeißen halt Loot ungenutzt wieder weg. Also müssen wir so ein bisschen gucken. Aber ihr seid eher auf der A unterwegs. Scheiße, ich hätte die B geiler gefunden, Leute. Das sage ich euch ganz ehrlich. Aber die zwei Fieslinge starten oben mit zwei EP weniger. Ja, aber es sind halt viele Fieslinge. Also das wird jetzt ein ätzender Kampf, glaube ich. Okay, aber ihr wollt die Option A. Dann nehmen wir die Option A. Es hilft ja nichts. Wir nehmen die. Das heißt, scheiß auf den Moll nur, der ist uns egal. Wir kämpfen jetzt. Das Problem ist, wir sind in Runde vier. Das muss euch klar sein. Wir sind in Tag vier. Das heißt, wir kriegen vier Einser und einen Fünfer. Also das heißt, wir kämpfen jetzt gegen fünf Gegner. Das muss euch klar sein. Also, aber ihr wolltet das ja so. Aber die starten alle mit zwei LP weniger. Das ist ja schon mal ganz gut. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns mal ein bisschen Gegner rein. Jetzt knallt es aber. Das wird jetzt ein epischer Kampf, Leute. Also, dann gucken wir uns die mal an hier. Was wir da so kriegen. Also, ganz viel Dickhaut-Scheiß. Ganz viel Zornkacke. Ein Troll, ein Troll. Der ist auch noch rabiat. Also wir müssen mal ein bisschen gucken, was die alle können. Also, Dickhaut kann ich erklären. Dickhaut bedeutet, dass wir überhaupt erst mal einen extra Schaden müssen, um da überhaupt durchzukommen. So. Und dann haben wir, ähm, jetzt habe ich wieder nicht genau mitgelesen. Also, Dickhaut heißt, ähm, die, mit einem Schaden machen wir keinen Schaden. Dann haben, jetzt haben wir hier rabiat. Gucken wir mal, was rabiat bedeutet. Rabiat bedeutet, diese Einheit erleidet einen absoluten Schaden. Diese Einheit erleidet einen absoluten Schaden. Okay. Okay, das ist ja schon mal gut für uns. Dann haben die alle nur einen Kampfwürfel. Genau, wenn die werfen, erleiden sie diesen Schaden quasi. So, dann haben wir hier die Lebenspunkte. Die sind da alle auch auf drei. Wir haben sehr viel Dickhaut, Rabiat, Dickhaut, Rabiat. Wir haben hier unten links, das sind alle Schwertkämpfer. Also, das heißt, die werden alle auch, ähm, dann quasi in der vordersten Reihe stehen. Und dann haben wir den mit Zorn 1. Wir lesen auch nochmal kurz, was Zorn 1 war. Wenn diese Einheit nicht volle LP hat, wirft sie zusätzliche Würfel. Okay, das heißt, sobald der angeschlagen ist, hier der Typ mit Zorn, wirft der einen zusätzlichen Würfel. Okay. Dann bringen wir die mal aufs Spielfeld. Die, die netten Leute. Das heißt, hier ist unser Kampfspielfeld. Und ich bringe die mal drauf. Das heißt, der Erste ist, der hat Initiative 2. Dann kommt er hier. Der hat Initiative 3. Dann kommt der Nächste. Dann schön was los. Der hat Initiative 2. Und dann haben wir noch den Nächsten mit Initiative 1. Unser Vorteil ist, dass wir den Erstschlag uns vielleicht holen können. Das Gemeine ist, es wird jetzt noch ein Fünfer kommen. Ich verrate euch noch nicht, wer der Fünfer ist. Und jetzt natürlich, wichtig, ich habe sie erst mal standardmäßig aufgebaut. Und jetzt müssen wir nochmal hier gucken. Wir haben uns ja für hier Abwarten entschieden. Das heißt, sie starten mit 2 LP weniger. Das ist jetzt natürlich ein toller Vorteil. Das heißt, die sind nicht sehr stark. Die haben alle eine Lebensenergie. Das ist natürlich super jetzt für uns. Die sind also relativ schwach. Haben alle auch nur einen Würfel. Bedeutet, die können wir relativ schnell wegmetzeln. Sobald wir einen von denen töten, wird hier noch der Fünfer kommen. Also ich tue den schon mal runter für uns. Ich verrate uns aber noch nicht, wer das ist. Das sehen wir erst, wenn wir hier einen frei machen. Dann ist es so ein bisschen spannend hier. Gut, wir müssen uns noch einen Startplatz suchen. Ich würde mal sagen, ähm, es ist glaube ich relativ egal, wo wir uns hinsetzen. Ich würde glaube ich den mit Zorn, glaube ich, als erstes bekämpfen, weil der hat jetzt einen Extra-Würfel, weil er ja angeschlagen ist. Das heißt, ich würde den mit Zorn gerne als allererstes loswerden, weil der natürlich weh tut. Ich muss wieder würfeln, was unsere Initiative ist, in der Hoffnung, dass wir als Erste anfangen. Wir gucken mal. Das sieht gut aus. Wir haben eine 3. Das heißt, hier snicken wir uns jetzt ganz gemütlich rein. Gut, das heißt, wir sind dran. Wir können jetzt endlich mal richtig kämpfen. Ich zeige euch mal jetzt, was richtig kämpfen bedeutet, Leute. Und zwar, wenn wir uns mal kurz unseren Bogen angucken, dann haben wir 3 Geschick. Geschick brauchen wir, um uns zu bewegen und auch, um offensive und defensive Aktionen zu machen. Der Vorteil ist, wir müssen uns nicht bewegen. Wir stehen schon vor dem Typen. Das heißt, was wir jetzt tun können, ist direkt den Angriff starten, was natürlich super schlau ist. Das heißt, wir gehen natürlich direkt in den Angriff und weil wir direkt in den Angriff gehen, habe ich 3 Geschick übrig. und ich würde jetzt natürlich 2 Offensivwürfel nehmen und einen Defensivwürfel und damit in den Angriff gehen und schauen, was wir machen. Und ich gehe mal davon aus, da werden wir Schaden machen. Ich gehe davon aus, Leute, dass wir jetzt Schaden machen. Ich hoffe, ihr auch. Also, los geht's. Wir schauen mal, was geht. Drei Würfel Vollgas. Das sieht doch lecker aus. Das heißt, was wir jetzt geschafft haben, ist, wir haben 3 Angriff. Das reicht komplett, um ihn zu erledigen. Hier passiert also nicht. Der kommt weg. Wir bekommen diesen, hupser, wir bekommen dieses Schild. Das kommt jetzt auf unser Playerboard. Das Schild selber hat jetzt noch keine Funktion. Das kommt hier in die aktive Würfel-Geschichte rein. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir Schaden nehmen, wird erstmal der Schaden von diesem Würfel abgehandelt. Das heißt, auch hier, schon mal eine coole Möglichkeit. Wir sind ein kleines bisschen fitter jetzt, was Angriffe angeht. Das ist doch auch schon mal ganz gut. Das ist doch schon mal ganz geil. Jetzt kommt aber der Nachteil. Der Nachteil ist, hier ist wieder ein neuer Platz frei. Das heißt, ein neuer Gearlock taucht jetzt auf und wir schauen mal, was jetzt dieser Fünfer, so kann der Fünfer Fiesling. Da kommt er hier. Oh, der sieht natürlich eklig aus. Also, Plünderer und Zorn. Zorn ist natürlich auch scheiße. Also, immer wenn der Schaden nimmt, hat der mehr Würfel. Das ist kacke. Was haben wir noch? Wir haben noch Plünderer. Plünderer müssen wir mal kurz nachlesen, was Plünderer bedeutet. Das heißt, diese Einheit erhält einen zusätzlichen Kampfwürfel für jeden weiteren blauen Fiesling im Gefecht. Wir gucken mal, blaue Fieslinge im Gefecht. Da haben wir, da haben wir Glück. Er ist der einzige blaue Fiesling im Gefecht. Das heißt, Plünderer hat bei ihm keine Funktion. Glück gehabt, aber Zorn hat Funktion. Und hier kommt das Problem. Er startet ja auch hier mit zwei LP weniger. Das heißt, er startet mit drei Lebenspunkten. Das heißt, er ist sofort im Zornmodus. Das heißt, er hat relativ viele Würfel. Aber dann stelle ich ihn schon mal parat. So, wir kriegen auf die Mütze. Also, er hier ist dran. Er ist ein Nahkämpfer. Das heißt, er bewegt sich jetzt auf uns zu und wird uns angreifen. Und zwar mit einem Würfel. Naja, das werden wir noch hinkriegen. Also, wir kriegen einen Würfel auf die Mütze. Wir schauen, was passiert. Zwei Schaden. Ist aber nicht so wild. Wir kriegen nur einen Schaden. Warum kriegen wir nur einen Schaden? Weil wir ein Schutzschild hatten, was jetzt verbraucht ist. Aber wir haben einen Schaden kassiert. Naja, würde mal sagen, es gibt Schlimmeres im Leben. Dann haben wir hier den nächsten Hans-Peter. Er kann sich ja auch zwei Felder bewegen. Das heißt, der müsste sich hierhin bewegen nach Adam Riese und greift uns seinerseits an. Gleiches Spielchen auch hier. Er greift uns auch hier mit einem Würfel an und macht seinerseits schon wieder einen Schaden. Vielleicht hätten wir doch das Heilkraut behalten sollen, Leute. Nur so, nur so mal da hingeworfen. Aber ihr wolltet, dass ich es schwer habe. Und dann haben wir den grünen Hansi. Der bewegt sich auch, damit er gegen uns kämpfen kann und kommt mit einem Würfel. Und macht auch einen Schaden. Na, ist doch toll. Das ist ja wirklich sehr, 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 sehr sinnvoll. Das heißt, mal eben drei Schaden kassiert. War ja eine tolle Runde. Aber das Gute jetzt an der Runde ist, dass wir ja eine Sonderfähigkeit haben. Wir bekommen, wir bekommen ein Leben zurück. Ein Lebenspunkt. Das ist unsere tolle Sonderfähigkeit. Das ist schon mal ganz gut. Dann kommt hier aber die Runde 2 und jetzt kommt er mit ins Spiel. Okay, das heißt, der würde ja dann hier erscheinen, oder? Was jetzt ja nicht wild ist. Da kommt er ja erstmal nicht durch. Alright. Gut, ein neuer Tag, ein neuer Kampf. Der Papa fängt an, hat drei Initiativen, kann sich jetzt aussuchen, gegen wen er kämpft. Ich würde also dringend, die haben ja Dickhäutigkeit, die Scheiße hier. Das heißt, wegbewegen macht auch nicht viel Sinn, weil die kommen natürlich in meine Nähe und dann fehlen mir die Würfel. Ich würde einfach im Kampf bleiben. Es hilft ja nicht. Und ich würde, glaube ich, gern den Hansi da hinten bekämpfen. Und zwar mit zwei Angriffswürfeln und einer Verteidigung. Also einem Verteidigungswürfel. Weil dann haben wir wieder ein Schild gegebenenfalls und können damit Dinge tun. Klingt das nach einem Plan? Ich glaube, es klingt nach einem Plan. Boah, das wird aber knallen jetzt gleich. Ja, der hat Dickhäutigkeit. Ich hoffe, dass ich ihn weghau. Ja, das machen wir jetzt mal. Komm, wir schauen einfach mal. Ah, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das heißt, wir haben drei im Angriff gepackt. Das reicht. Schüssele. Den haben wir weg. Puh. Und jetzt haben wir hier Bones. Das passiert dir jetzt mal zum ersten Mal. Was passiert, wenn man solche Bones würfelt? Das ist eigentlich durchaus ganz cool. Die sind erstmal kein Problem. Die kommen hier in diesen Backup-Plan hinein. Und jeder von den Charakteren hat hier andere Fähigkeiten. Wenn man hier genug von diesen Knochen gesammelt hat, kann man diese Fähigkeit aktivieren. Allerdings verlieren wir alle Würfel, die hier oben sind, wenn der Kampf zu Ende ist. Also das heißt, die verschwinden wieder. Die sind nicht dauerhaft da. Das heißt, diese Würfel hier, wenn wir Glück haben, können wir die noch irgendwas eintauschen. Und wir schauen mal ganz kurz, was Patches hier für Backup-Pläne hat. Und zwar hat Patches hier oben ein Würfel bringt noch gar nichts. Der zweite, ich kann den Gearlock heilen. Völlig bescheuert. Aber dritter, Nadelstich, füge deinem Ziel zwei Schaden zu. Das ist natürlich geil. Hier, glücklicher Fund, wir holen uns einen Verbrauchswürfel. Ist auch stark. Fünf überladen, reduziere E-Akku. Brauchen wir nicht. Und sechs, das ist quasi, wenn das Ding komplett vollläuft, dann kriegen wir hier dieses Talent plus eins. Das ist bei ihm eine mega Erholung. Die ist auch nicht so gut im Solospiel. Das heißt, drei wäre eigentlich so das Optimum. Wenn wir hier drei Bounce haben, dann können wir zwei Schaden bei einem Gegner machen. Ist doch eigentlich ganz geil. Oder was auch spannend ist, ist mit der vier sich so einen Verbrauchswürfel zu holen. Genau. Und fünf, noch nicht interessant, weil ich gar keine Würfel habe, um diese E-Sals zu benutzen. Das mal soweit zu unserem Kampf. Das war jetzt an sich nicht schlecht, aber wir haben noch eins, zwei, drei, vier, fünf Leben. Das kann eklig werden. Und wir schauen mal, wie eklig es wird. Denn als nächstes kommt der Hansi ins Spiel. Der Hansi hat jetzt ein tolles Problem, denn der Hansi muss ja erst mal zu uns kommen, um uns anzugreifen. Der Hansi hier, der kann uns noch gar nicht angreifen, der fiese Fünfer. Damit sind wir erst mal safe. Der kann noch keinen Angriff gegen uns starten. Das heißt, ich kann mir jetzt aussuchen, wie rum der läuft. Lasst ihn mal da rumlaufen. Also eins, zwei kann der laufen. Und da steht er und macht nichts. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Entspannt bleiben. Allerdings kriegen wir jetzt wieder einen Angriff. Der hier hat wieder einen Würfel. Wir schauen, was er macht. Der macht einen Schaden bei uns. Aber auch mehr wieder nicht. Und er hier ist auch schon in Kampfposition. Das heißt, auch er hat einen Würfel. Wir lassen ihn würfeln. Und er macht auch einen Schaden bei uns. Jetzt wird es aber langsam eklig. Jetzt wird es langsam eklig. Jetzt wird es langsam eklig. Gut, der Tag neigt sich dem Ende. Unser Vorteil beim Tag sich zu Ende neigen ist ja, dass wir als Sonderfunktion uns wieder kurz heilen können. Aber jetzt wird es dann auch eklig. Jetzt wird es dann auch eklig, kann ich sagen. Ich würde, glaube ich, gerne, ich würde den Gelben weiterhin als Schutzschild vor uns stehen lassen, weil der schirmt uns vor dem Idioten da oben ab. Das heißt, ich würde lieber gerne jetzt mal den weghauen oder wir laufen halt weg. Wir könnten halt zwei Felder laufen und einen Angriff machen. Das ist halt... Wir haben sehr wenig Geschick. Der Idiot kommt gleich runter. Ja, aber der kann uns immer noch nicht angreifen. Wenn der zwei Felder geht, steht er hier. Wenn der zwei Felder steht, der kommt noch nicht zu uns. Der Gelbe schirmt uns ab. Wenn wir den Gelben nicht töten, sondern den Blauen, haben wir noch ein bisschen Luft gerade. Wir haben noch ein bisschen Luft, weil der kommt mit echt vielen Würfeln. Dem würde ich relativ schnell gerne so einen Giftpfeil in die Fresse donnern, wenn der kommt oder irgendwas Geiles. Das wird, das wird, glaube ich, nichts, Leute. Das wird, glaube ich, Also, wie sieht's aus? Ich kämpfe jetzt mal gegen den, oder? Kämpfen gegen den. Ja, wir kämpfen gegen den. Komm, rein. Machen wir mal nur einen Würfel, aber der hat halt auch diese scheiß, diese scheiß Dickhäutigkeit. Die sind halt so scheiße, die Dickhäutigkeit. Wir müssen eigentlich zwei Kampfwürfel und einen Verteidigungswürfel machen. Ja, müssen wir. Müssen wir. Ja, komm, mach ich. Zwei Kampf, eine Verteidigung. Vollgas. Das ist doch gut. Wir haben ihn weggeschrotet. Das ist gut. Das ist schon mal gut. Und wir kriegen ein Schutzschild. Das ist auch gut. Wir kriegen das eine Schutzschild. Das heißt, wenn wir gucken, ja, sind jetzt hier schon mal ein kleines bisschen aufgestellt. Jetzt nicht stark, aber ich würde mal sagen, in Anbetracht dessen, dass wir eigentlich nur Heiler sind, also Kanonenfutter, halten wir uns immer noch ganz gut. Okay, dann der Hansi hier oben ist wieder dran. Der Würfel ist ja raus. Und der Hansi geht zwei Felder und kann nichts machen. Ich lasse den mal hier rüber laufen, weil der Weg zu uns ist ja identisch. Der läuft jetzt mal dahinten. Und macht nichts. Also bisher habe ich noch keine Angst vor dem. Jetzt müssen wir ganz schnell weglaufen vor dem. Wir laufen einfach immer weg. Batches ist ein Biest, ja. Jetzt allerdings schmeißt der da unten nochmal einen Würfel auf uns. Ich hoffe ja drauf, dass er Bones würfelt, weil dann würde er sich selber töten. Das wäre natürlich stark. Ja! Ja, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Denn, ich zeige nochmal seine Fähigkeit. Weil seine Fähigkeit ist ja hier Rabiat. Und Rabiat ist ja, dass er sich selber Schaden zufügt. Ich muss nochmal kurz nachlesen, ob ich es auch wirklich richtig lese. Aber Rabiat hieß, hier war das, äh, runtergescrollt. Hier. Rabiat, diese Einheit erleidet einen absoluten Schaden. Das ist auch sensationell. Der hat sich selber umgebracht, der Idiot. Von absolut heißt, durch die Dickhau durch. Fühle ich. Also das hätte uns ja schlimmer treffen können. Also gut, haben wir geschafft. Trolle sind halt dumm. Ja. Vor allem im Internet. Also das ist doch schon mal ganz geil. Das heißt, nur noch dieser eine fiese Endgegner übrig, der auch nicht so stark ist, den wir jetzt einfach weghauen müssen. Neue Runde. Runde 4 startet. Wir kriegen ein Leben wieder dazu. Das ist ja unsere Fähigkeit. Und ich sag's euch ganz ehrlich. Wollen wir da den Giftpfeil verschwenden? Ich würde es ohne Giftpfeil versuchen. Ich würde einfach ohne Giftpfeil zwei Kampfwürfel auf den drauf. Das muss reichen. Also wir müssen uns ein Feld bewegen. Das ist eine Initiative. Ich schau mal, schaut nochmal kurz auf unser Board. Also wir können drei Geschickspunkte machen. Wir müssen einen ausgeben, uns zu bewegen. Dann haben wir noch zwei übrig. Da könnten wir unsere zwei Kampfwürfel für nehmen und den Giftpfeil für den Bosskampf aufheben. Ich sag auch, ohne kriegen wir hin. Danke, ihr seid alle zuversichtlich. Danke. Also eine Initiative, dass wir uns bewegen und zwei Kampfwürfel. Los geht's. Und da brauchen wir jetzt drei Schaden. Na komm, drei Schaden. Los geht's. Yes! Ja, der ist nicht mal ins Spiel gekommen. Sehr gut. Den haben wir wirklich weggehauen. Hatte keine Chance gegen uns. Das ist halt Würfelglück. Richtig geil. Weggehauen. Platz gehauen. Das heißt, wir kommen wieder zurück. Allerdings, was jetzt so ein bisschen schade ist, nur damit ihr das versteht, wir kommen wieder zurück. Ich verliere natürlich jetzt hier oben die Dinger. Aber das ist nicht so wild. Wir haben den Kampf hinter uns gebracht. Hätte schlimmer sein können. Das heißt, das war erfolgreich. Na Halleluja! Das war jetzt nicht so einfach. Ich bin so ein bisschen durchgeschwitzt. Aber ein schöner Kampf. Danke auch fürs Mithelfen. Und jetzt kriegen wir eine Belohnung für unseren Kampf. Dann schauen wir mal kurz, was kriegen wir denn jetzt hier? Weil wir ja hier das obere gemacht haben. Wir kriegen zwei Lootkarten und hier unten kriegen wir auch noch den Bonus. Wir kriegen eine Fähigkeit und eine dritte Lootkarte. Das ist schon ganz geil. Ich würde gerne einmal den Fähigkeitspunkt benutzen, weil wir einmal die Trainingswaffe benutzen sollten, bevor wir die vielleicht jetzt gleich verlieren. Halte ich mal für einen ganz wichtigen Punkt. Das heißt, wir machen mal den einen Fähigkeitspunkt und ich glaube, auch da, glaube ich, geht es relativ einfach. Ich würde natürlich gern die Offensive leveln. Also es ist doch klar, wir brauchen einfach noch mehr Offensive. Das würde ich gern machen. Das heißt, wir machen eine Probe auf die Offensive. Genau, denk an den Stab. Ja, deswegen mache ich ja die Probe, weil wir den Stab haben. Also wir schauen, was geht. Okay, aber es ist nichts Schlimmes passiert. Das heißt, die Probe ist bestanden und wir haben uns hochgelevelt in der Offensive. Das ist doch gut. Guter Charakter. Jetzt langsam kann man mit dem auch was anfangen, glaube ich. Okay, und jetzt kriegen wir drei Lootkarten. Ja, das ist doch stark. Ja, dann rein in den Lachs schauen wir uns mal die drei Lootkarten an, die wir so kriegen. Also, erste Lootkarte, Mechsupport, eine Anwendung. Erhöhe in diesem Zug dein Geschick um drei. Oh, das ist stark. Das ist stark. Das ist stark. Also das ist richtig stark. Sensationell. Okay, dann die nächste Lootkarte, Räucherwerk. Wirf in deinem Zug zwei zusätzliche Kampfwürfel. Das kostet kein Geschick. Wow. Okay, brauchen wir auch. Geiler Loot. Okay, bisher sensationeller Loot. Und dritte Karte, der Ibengeist. Im Zug eines Fieslings verhindere, dass der Fiesling einen Zustandswürfel auf deinen Gearlock platziert. Oh, auch nicht schlecht. Das heißt, ich würde mal sagen, die Trainingswaffe hat uns gute Dienste erwiesen, aber die lassen wir zurück und haben jetzt hier richtig geilen Loot uns rausgeholt, liebe Leute. Einen richtig guten Loot. Richtig guten Loot. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, dann haben wir das wieder mal alles hinter uns gebracht. Wir sind in der Erholungsphase angekommen. Einen kleinen Bonus kriegen wir gleich noch und wir können jetzt in der Erholungsphase Loot tauschen, würde ich nicht wollen. Wir könnten uns aufpäppeln. Ich glaube, wir päppeln uns auf. Ich glaube, wir päppeln uns auf. Das heißt, zack, wir gehen wieder zu neuer Stärke. Als nächstes sollten wir unser Leben vielleicht noch erhöhen, dass wir hier einfach für den Boss-Battle da noch ein bisschen safer sind, weil das war jetzt schon krass. Es waren jetzt schon viele Gegner gerade, muss ich sagen. Ich glaube, noch ein bisschen mehr Leben wird uns guttun. Die letzte Geschichte, die wir noch kriegen, damit ich sie nicht vorenthalte, ist natürlich, wir kriegen auch hier wieder eine Bewegung. Das heißt, wir schreiten auch hier wieder auf der Map voran und wir kommen weiter. Wir sind fast da. Wir sind fast in Geröllheim. Noch einmal rüber und wir haben es und wir sind jetzt dann am fünften Tag. Also es läuft. Es läuft. Und das ist, wie gesagt, der einfachste Gegner. Das dauert jetzt natürlich deswegen so lang, weil wir es irgendwie so zusammenspielen. Aber ich denke, jetzt müsste es eigentlich gleich zum Boss-Battle kommen. Also wir gehen mal auf Tag 5 und jetzt geht es ja richtig ab. So, hier geht es gerade noch episch weiter auf Twitch, aber für YouTube machen wir hier eine kleine Pause, denn ich habe das ganze Jahr in Episoden unterteilt. Das heißt, in der nächsten Episode, die hier natürlich auch reinverlinkt ist, stellen wir uns wieder der Frage, schafft es Patches vom Tellerwäscher zum Millionär beziehungsweise vom Heiler zum Helden? Für euch nochmal der Hinweis, es läuft eine Verlosung powered by Frosted Games und zwar könnt ihr euch eines von diesen drei Buttonscheiß-Spielen aussuchen. Wie könnt ihr gewinnen? Total einfach. Einfach das Video kommentieren. Jeder, der kommentiert, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Am liebsten würde mich freuen, dass ihr einfach Feedback gebt, wie hat es euch gefallen, etc. Seid da durchaus ehrlich, aber seid auch gnädig mit mir und was keinen Einfluss hat, aber super Karma bringt, ist, wenn ihr dem Kanal einfach noch folgt oder die Glocke aktiviert oder auch mal Likes da lasst. Das, wie gesagt, ist kein Einfluss aufs Gewinnspiel, aber würde mich freuen und was mich auch freuen würde, ist, wenn ihr einfach rüberkommt auf Twitch, wie das funktioniert, ist alles natürlich verlinkt. So, jetzt habe ich genug gesagt, ich bin schon richtig kaputt hier. Ich freue mich aufs nächste Mal, wie Patches sich dann schlagen wird. Also, bis zum nächsten Mal, YouTube. Tschüss. Hallo, willkommen beim geek.spar-Abo. Einfach hier klicken und nie wieder was verpassen. Dieses Abo verlängert sich automatisch auf Lebenszeit. Du hast dadurch Zugriff auf tolle Videos wie dieses, frisch aufgewärmt aus der Tiefkühltruhe oder du schnappst dir Content von anderen, die genauso geldgeil sind wie Geekpunkt.